Moin zusammen und herzlich willkommen zu Sam & Max und dem falschen Bosco. Der sollte so nicht sein. Er ist zwar keine Kuh mehr, aber irgendwie auch nicht richtig. Ne, das sieht nicht gesund aus. Okay, wir wollten uns weiter umsehen. Warte mal, was hatte ich noch vor? Ich glaube das hier, Bürozeitkarte. Da sind wir auch noch hin, aber ich würde gerne erst mal hier gucken. Genau, ab in die Zukunft. Dort waren wir schon mal, haben aber nicht viel erreicht. Oh, hi. Moin, wir sind zurück. Hi, ja genau. Hey, was geht's? Was gibt's? Okay, also das ist die Zukunft. Ja, Mensch, ihr beide und ihr wohnt immer noch hier. Sieht schon ein bisschen futuristischer aus, ne? Ah, guck mal hier. Okay, alles klar. Ja, wir werden uns hier noch umsehen müssen. Hä? Moment, warte mal. Ihr müsstet euch doch an diese Situation hier erinnern. Also, äh, gebt uns einen Tipp. Ich sag's nur ungern, aber das existiert alles in unserer Zeit. auch schon. Okay, irgendwelche interessanten Fälle. Ja, genau. Hm, okay, was macht ihr in eurer Freizeit? Aber guck mal auf die Pinnenbandtagreich. Ja, genau. Ja, genau. Was ist denn mit ihm los, ey? Äh, klar. Gute, genau. Hier, die wichtigste Frage von allen. Was? Ja, genau. Was? Was? Wieso? Was hat Stinky damit zu tun? Was? Was ist Stinky Corp? Ha! Hör auf das, Sam! Diese Jokels haben nie von Stinky Corp gehört. Ich fühle nicht, wie ich jetzt Darts spielen. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Also, Stinky Corp ist die Megacorporation, die alles in der Zukunft hat. Stinky hat genug Geld aus ihrer Diner gemacht, um die Welt zu nehmen? Nein, nein, cretinist Max. Von ihrer Superadhesive. Äh, was? Und warum erzählt er mir die mehr über Bosco? Was ist das über Stinky Superadhesive? Es hat die ganze Galaxie revolutionisiert. Jetzt ist es für alles, von Scrapbooking zu Alien-Spacekraft. Sie hat in den Interviews erwähnt, dass es auf einer alten Familie-Formula basiert wurde. Aber Sam und ich haben glaube, wir haben das echte Geheimnis gefunden. Es ist von Molmen gemacht. Nein, ist es nicht. Aber es ist der Teerkuchen. Haha, von dem haben wir ja eine Probe. Okay, das hatten wir schon. Ja, ja, ja. Ja, ja. Okay, gut. Bis später. Natürlich, na klar. Okay. Warte mal. Hier, können wir mit ihm auch noch reden? Oh, okay. Das war sehr erbaulich. Okay, was haben wir hier? Hehehehe. Max schreibt es, das hat sich immerhin nicht geändert. Frotschmaratschis. Hm. Natürlich. Und weg ist er. Computer. Natürlich. Okay. Okay, Vulkan. Ah ja. Und das hat er. Naja, okay. So, aber der interessante Teil hier, guck mal, das Poster können wir sogar direkt angucken. Und da. Und da. Betumen? Stand da eben echt? Betumen? Das ist doch, warte mal, das ist doch irgendwas aus der Baustoffindustrie. Ähm. Keine Ahnung, was es war. Aber ist das nicht irgend so ein, so ein Erdölprodukt? Und das ist in dem Kuchen? Bäh. Oh, warte mal. Eine Todesanzeige? Hm. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Okay. Haben wir denn irgendwas dabei, um das in Ordnung zu bringen? Ähm. Mh. Mh. Näh. Näh. Nichts. 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 Hm. Ich habe bereits Max schannt. Okay. Ja. Das wird wohl nix. Okay. Schranktür. Oh. 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 I hate pack rats. He he. Du hast das selber angelegt, du doof Mann. Aber hier, warte mal. Können wir sagen... Ihnen da noch, äh... Und da noch... Und da noch... I already scanned myself. That's how we got here. Hm. Ja. Aber warte mal. Wenn wir jetzt... Wenn wir wissen, was die Secret Ingredients ist... Ähm. Können wir denn jetzt ein... Patent anmelden? Boscos Laden? Nee. Oval Office? War das die Lösung dafür? Da hat man uns das letzte Mal ja ein bisschen verfranst. Okay. So. Nun denn. Hey. Du. Pass auf. Super Blocko! Äh. Ein offizielles Anliegen. Genau. Naja. Das Patent. Wir wollen ein Patent. We want exclusive rights to produce our latest invention. Very well. What will it be? Ähm. Kleberiger Teerkuchen. We'd like to patent our tar cake recipe, Superball. It's a special recipe we made up ourselves. And anybody who says different is a damn liar. I see. And what ingredient makes that a unique invention? Bitumen 13. Was? Wallabies. Keine Liebe. Äh. Gefrorener Brötchen. Mausgorn. Bitumen 13. Very well. That seems to check out. Okay. That Patent grants you exclusive rights to make, market and improve on your invention. This must be just what Thomas Edison felt like. Minus the stealing on time travel, of course. Oh, Sam. You're so naive. Whee! Okay. Gut. Okay. Aber was jetzt? Ah, warte mal. Wir haben noch einen Ort, an dem wir kommen. Äh. Komm. Geh doch mal. So. Ja. Okay. Alles klar. Gut. Das haben wir im Kasten. Jetzt. Okay. Aber was auch immer wir damit machen können. Er wollte gar keine Probe, ne? Hm. Patent. Es ist eine offizielle Patentform für Stinky's Gooey Molasses Tar Cake. Hm. Damit können wir dann zurück in der Zeit gehen und das im Typ nur die Nase reimen. Die Frage ist nur wieso. Lass uns erstmal gucken. Ähm. Wir kommen doch. Genau. Ins Büro. Okay. Heaping helpings of tachyons in a gravy boat at the Grand Duchess's Bat Mitva. What disgusting hellhole have we ended up in this time. Looks strangely familiar. Like. Superball. I'm not here sirs. You can safely ignore me. Done. Äh. Okay. Er ist hier. Warum? Aber das ist doch unser... Das ist doch einfach nur unser Büro. Fertig. Fernbedienung. Was? Das ist neu. Fernbedienung. Okay. Max. Have you been sending Boxy Betty to... Hey. What? Hey buddy. Throw us that remote control, would you? You're gonna need this. Thanks buddy. Be you later. Was? Moment. Was? Äh. Augenblick. 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 Was? Ein Ei? Warum? Worauf läuft das denn aus? Backen wir den Kuchen tatsächlich? Okay. Aber wir sind doch gar nicht in der Future. Wir sind doch... No. Egal. There's nothing good on. Or bad on. For that matter. Hm. Okay. So. Hier vorne ist nichts weiter. Ratten. Das hatten wir schon. Pinnenband. Ist hier noch irgendwas interessantes? All points bulletin. We need a new bulletin. Okay. Gut. Äh. Lass mal eben nochmal gucken. Das hatten wir schon. Hatten wir schon. Hatten wir schon. Hatten wir schon. Haben wir alles schon. Ja. Haben wir alles schon. Okay. Hä. Was machst du denn eigentlich hier? Was machst du hier in unserem Office? Investigate den Präsidenten. Sir. So. Du bist dann wieder mit dem secreten Service? Hm. Sure. Okay. Max war nicht verschwunden. Ist doch hier die ganze Zeit bei dir. Mir. Max war nicht verschwunden. Wir sind auf eine Zeit. Wir haben geplant. Das ist verrückt, Sir. Das war nicht. Es war eine Zeit. Es war ein Zahn. Boskow sah es, auch. Gas leak. Mass hypnosis. Two abductions on the same street in the same week? And you're going to just try and cover it up? I can neither confirm nor deny a cover-up, sir. How'd you find out we were missing? There was a rat, sir. Claimed he was de facto owner of this office, since your disappearance. He was quickly taken away for questioning. Wow, it always takes us ages to get rid of Jimmy Two-Tee. We must be slipping, Max. All this time I never thought to use rendition. Mhm, okay. Wie läuft die Vertuschungsaktion? How's the cover-up going? Very well, sir. Is what I'd say if there was a cover-up, which there isn't. Äh, klar, natürlich. Okay, pass auf, was uns zugeschlossen ist. Can you help us with our case? What seems to be the problem? Bosco's been abducted. Easily explained, sir. And he's trapped on a time-traveling spaceship. There's no such thing as time-travel, sir. Look into my eyes, please. Was? 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 You'd said that Mr. Bosco is having a perfectly rational vacation in Pago Pago. Yes. Pago Pago. Hey, look, Max. It's Agent Superball. You were saying something, sir. Er hat einen Blitzdings. Er hat einen Blitzdings. Very good, sir. Okay, wir haben den Zwillingen getroffen. We met a guy in Washington who's a dead ringer for you. That would be me, sir. That was 40 years ago. You couldn't still look that young without a time-machine or something. Clean living, sir. There's no such thing as time-machines. Hmm. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Beim letzten Mal war es, bei Mr. Bliss war es auch der Unscheinbare, ne? Hmm. Don't you feel better now that you're no longer working for bad guys like Jorgen? Uh, yes. I enjoy working for the secret service. Fighting the good fight. Protecting the president. That reminds me, Sam. Can we wrap this case up pretty soon? I've got a healthcare system and five foreign governments to topple. And I'm way behind schedule. Okay. Irgendwas ist so schräg mit ihm. Were you able to patch things up with Mrs. Superball? That's a negative, sir. We spoke briefly. It ended badly. She says she can't talk to me when I'm emotional like this. Was? Don't worry, Superball. Every time life closes one door, it opens another. That thought disgusts and terrifies me, sir. Okay. Ich probiere es nochmal, ja? Did we ask for help with our case? Which case is that, sir? The one with all the time traveling! Oh, nein. There's no such thing as time travel, sir. Of course not. Hey, look, Max. It's Agent Superball. You are saying something, sir. Ja, ähm, ähm, äh, hat man noch nicht und ich kann mich nicht erinnern. Okay, ich probiere das letzte auch nochmal aus. Irgendwas anderes wird da vielleicht noch kommen, oder? Did we ask for help with our case? The one with all the time. Okay, genau. There's no such thing as time travel, sir. Of course. Hey, look, Max. You were saying something, sir. Er, 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 very good, sir. Nee, das bringt noch nichts. Wir müssen ihm ja irgendwas anderes antun. We see you in your Superball. We can't seem to avoid it. Wir müssen ihm irgendwas anderes antun. Hm, wir haben das Patent. Das könnten wir mal nutzen. Hm, wir könnten... Tja, wir könnten auch mal den Teerkuchen in die... Oh, wir könnten mal den Teerkuchen in die... In dieses Dings da stecken. Aber erst mal kann ich nicht... Ja, ich kann. Weird. It says, I've already scanned him. That's the same Superball, we met over 40 years ago? I'm aging gracefully, sir. Clean living. Hm, ich glaube, du bist noch derselbe, du. Nothing doing. Do this thing not happening. Nope. du bist der selbe du bist das alien oder so ok lasst uns mal gucken was passiert wenn wir zu bosco zurückgehen und den kuchen ist das ding stecken okay so hey dann lass uns doch mal probieren was hier passiert offene probe ok gut war nur so eine idee gut was können wir noch machen ja tja nee das bringt nichts sollen wir noch mal mit ihr sprechen wer ist der vater ja das haben wir schon gehört natürlich gut also hier ist ein restaurant da lass uns mal hingehen so mal gucken was jetzt geht und da sind wir jawohl ok alles klar aufzug ja ja so hier pass mal auf dein tierkuchen ist geklaut was ist das we have to insist that you cease and desist all future production of gooey molasses tar cakes mr stinky we're not angry at you for stealing from us just very very disappointed poppycock that recipe's been in my family for centuries the u.s. patent office says otherwise gramps the u.s. patent office can my actually i don't believe that falls under their jurisdiction fine i'll throw it out time stream altered ah ok oh ok ok so warte mal time stream altered die tragbare k.i. können wir die jetzt den jungs geben da hier nochmal so hier du bist der nerd also wow wow i've never seen anything that advanced it must have at least 640 kilobytes of ram yeah whatever kid this is exactly what i needed for my video game i'll just download the ai ok yeah you do that then go outside and play or something und you're winning impaired did you hear that sam it says i'm winning something hmm it's not taking the new ai i'll change it back good try you'll do better next time that's what i like to hear oh es war nicht die richtige k.i. oh wie es tragbar ist it's the spaceship's artificial intelligence in smaller easy to carry form hmm it's the spaceship's artificial intelligence ok warte mal wir könnten doch in den in den systemeinstellungen irgendwas ändern ne jetzt ist es ja auf polite eingestellt ok so warte mal das ging doch hier ne ok so nein die blitzer nee auch nicht systemeinstellungen what are my options my personality can be configured to respond in the style most appropriate to the user please choose from the following options ok das haben wir jetzt angesetzt anzüglich ausfindig passiv aggressiv ja äh was nehmen wir ich glaub am besten passt das das zu den beiden ne aber fast sehr für aggressiv hm anzüglich nicht glaub ich zumindest nicht ich versuch's mal mit ausfällig abusive done jackass natürlich ok gut vielen dank beenden so long get lost failure ne klar ok ja in der hoffnung natürlich dass die dass die tragbare ki auch diese funktion aufweist so stinkies restaurant genau ok so und jetzt mal gucken ob das funktioniert kleiner sam ok 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 mach k u u u u u u u u u Ja, er hat sich geändert. Okay, alles klar. Können wir denn hier noch was machen? Hm, okay. Gut, aber mehr können wir nicht machen, ne? Okay. Was passiert denn hier eigentlich, wenn er sagt, Timestream outert? Also ich meine, gut, seine Persönlichkeit hinterher hat er hier was durchgemacht, aber... Na? Äh, ja. Okay, wir kommen aus der Zukunft. Das ist mit dem Patent, tut uns leid. Ja. Äh. 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 Oh, okay. Äh, wirklich, du willst sterben? Ernsthaft jetzt? Das ist kein guter Zug. Kein guter Zug. Sticky, wir sind Detektivs und wir haben alle Beispiele gesehen. Du wirst weg. Wann? Wie? Und wer wird das tun? Wir wissen nicht genau genau. Detektivs ist wirklich eher ein Catch-all-Term für Leute mit Schäden. Hm, okay. Deine Enklin war es. Natürlich, sag es ihm doch. Wenn du dich schon so aus dem Fenster lehnst. Some woman claiming to be your granddaughter has taken over your restaurant. Granddaughter Mike left pallet? I never had any children. Really? A cantankerous, misanthropic, hairy old cuss like you would be great with kids. Hm. Perhaps. Someday. Hm. Yeah, I don't wanna rush you, Stinky, but if you're planning kids, you're gonna have to get on that pretty quick. Hm. Was hast du jetzt vor? What's next for you in the post-tarcake portion of your career? So you can steal that idea, too? Run along, pooch. I'm doing things with barely edible food that will create a brave new world. A world doubled over in pain, rushing for the nearest bathroom. Hm. Okay. We're from the public health board. Almost none of the vermin in this establishment are wearing federally approved air nets. Government types. Pah! Weak and pathetic the lot of you. You can't even begin to comprehend what I'm doing here. My dishes will challenge the weak and weed out the inferiors, like you jelly-jawed lipflappers. Only the strongest will survive. It will be glorious! So are you going to show us to our table or what? Äh, nein. Wie sind die 80er? Hm, keine Ahnung. Wie sind die 80er behandelt, Stinky? What are you two still doing here? No animals allowed in my diner. It's okay. We're service animals. Okay. Alles klar. Ciao. Thanks for the chat, Stinky. Ah, just go away and die. But most of all, thanks for just being you. Okay. Ja, gut. So, wir gehen zurück. Nein. Nein, 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 nein. So, Aufzug. Jetzt aber. Okay. Ähm, was machen wir denn jetzt? Büro? Ne, weiß ich nicht. Oval Office? Ne, auch nicht. Wir können nochmal zu Stinky's Restaurant gehen. In der Zukunft. Hm. Oder Zeitkarte für Boscos Laden. Das können wir mal ausprobieren. Okay, so. Did it get freaky sexy in here, or is it just you? What'd you do to my Max? The better question is, what is your Max gonna do to you all night long? Don't look at me, Miss Bosco. He's been like this ever since we were kids. Why don't we ditch the pooch so you can give me a special tour of the store? I've been wanting to see what you've got round back. I thought you were different, Max. That does it. I'm done with all of you. Men. Temporal anomaly corrected. Jackass. Ja. Okay, aber es hat funktioniert. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das heißt, er müsste ja jetzt... Ne, lass uns mal nach Bosco schauen. Er müsste jetzt wieder vorhanden sein, ne? Äh, home. Und? Ja, ist er. Okay. Looks like we did a pretty good job patching up that cigarette burn on the fabric of reality. Yeah, that's right, ladies. Come on up and give Daddy Max Time Fixer some sugar. You're a lovably lecherous tool, Max. Hm. Okay, gut. So, Bosco, wie fühlst du dich? Äh, da, da, da. Wem kommen wir von hier? How are we going to get off this spaceship? Hadn't given him much thought, sir. Don't you care about THEM coming back to kill you? Not really, sir. I'm sure there's nothing to worry about. I don't like Bosco like this, Max. We've gotta get him back to his paranoid self. Hm. Okay, gut. We'll see you around, Bosco. So. Und das Zentralgerät möchte ich auch noch ändern. Ähm, warte mal. Hier machen wir... Was? Moment! Halt! Nein! Die Option ist nicht mehr da. Warum? Weil wir die Aufgabe abgeschlossen haben, ne? Die Systemeinstellungen sind nicht mehr da. So long. Get lost. Failure. Okay. Ja, gut. Alles klar. Was war hier eigentlich nochmal? Hm. Okay, gut. No way to open. Stimmt. Ach ja, da kann man ja raus. Irgendwas war da noch. So, aber was machen wir denn jetzt als nächstes? Hm. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. It's the elevator's emergency recall button. Hm. Okay. Was haben wir denn hier noch am Start? Das Ei. Ne, von dem Ei können wir keine Probe nehmen. Oh, warte mal. Können wir ihn eigentlich auch datieren? Ah, stimmt. Okay. Gut. Aber was soll man jetzt machen? Töhöhöhöhöhöh. So, Bosco. Ähm, Mrs. Bosco. Hier müssen wir ja hin, ne? Um ihn wieder in den Normalzustand zu bringen. Aber wie? Nee, halt. Hä? Habe ich Open Office genug? Was? So. Hey, du. Wir haben, äh, 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 wir werden nicht auf der Fassung bringen. Wir kommen aus der Zukunft. Wir sind deine neuen Söhne. Ich hab deinen Hund getötet. Wir sind deine neuen Söhne. Wir sind deine neuen Söhne. Und wir wollen, in deinem Haus leben. Und meine Kinder aus questionable Kindheit. Und wir sind beide Axt-Mörderer. Und ich wähle für Barry Goldwater! Nichts? Es ist so, wie ich gesagt habe, Herr. Ich bin nicht einfach so schnell getötet. Hm. Hm. Aber irgendwie werden wir ihn noch aus der Fassung bringen müssen, ne? All right. Wir geben auf. Wir brauchen irgendwas Interessanteres. Keep up the good work. Thank you, Sir. Wee! Aber dann, wie er ihm auch hinterher guckt. Mist, das habe ich jetzt nicht... Na gut. Egal. Ähm. Und was machen wir mit dem Korken? Hm. Hm, 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 hm. Und dem Schraubenzieher. Der Schraubenzieher. Ja, okay. Gut. Haben wir denn hier noch irgendwas? Warte mal. Lass mich mal T drücken. Der Umschlag. Den können wir mitnehmen. Oh. Ja, natürlich. Warte. So. Oh. There should be plenty of DNA rich spit left on this envelope. The president's a very thorough liquor. Hm, hm. Allerdings. Okay. Warte mal. Dann muss er das doch sein, ne? Kann das jetzt die Lösung sein? Ähm. Bosco. Uh. Uh. Hi, Miss B. Hi, Miss B. Wir sind zurück. Zack. So. Wui. Gleich zweimal. Ach, Mann. Offene Probe. Ja. Timestream altered. Checkass. Ja. Okay, schon gut. Er hat gespeichert. Also irgendwas interessantes passiert. Wui. So. Lass uns nach Bosco schauen. Ähm. Dass die sich nicht wundert, ne? Ja. Es ist unser Bosco. Hey. Bosco ist back to his old gruesome self. Yeah. Yeah. Took you fools long enough. There, Sam and Max. Now you've seen just how dangerous it is to mess with THEM. Dangerous? All that stuff we just fixed was your fault. Shut up. All right. Let's go home. How do we get out of here? Uh-oh. Duh! They know we're here. Relax, Bosco. You're gonna have a coronary. Yeah, they're probably the grotesque but misunderstood kind of aliens. Who just come to Earth because they hate cows and fields of weed. Well, you two go first. Um, okay. Okay. Crossing 98% complete. Prepare to deliver on my mark. A nine. It's... It's... T-H-E-M. What are you guys doing here? We can explain everything. Weekly and simply. No. That is not our way. T-H-E-M. 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 Mmm. T-H-E-M. Nein, ich will nicht. Adelheit, Adelheit. Hm. Geburtstagen heißt es. Vielleicht später. Wir haben ja keine Zeit. Oh. Ach, du liebe Zeit! Nein, ich will keine Mariachiband. Nein! Ey! Okay. Ich habe die Musik mal leer gestellt, weil... Nö? So. Mit Ärger und so. Nee, nein. Das braucht kein Mensch. Wieso ist das euer Spaceship? No! Ich will nicht mehr gehen! Wir müssen sie mit einem Gigantik-Heads machen. Unsere Lives suck. NOOOOO! Oh Oh, oh, the cow man has had a heart attack Oh well, begin the soul crouching So, as I was saying We had to sit and stare at nothing For one thousand years straight Help me, Sam and Max Das werden wir auf jeden Fall tun Was ist hier los? Mann, und warum? Und warum gibt es da eine Piñata? Ne, warte mal Eine Piñata ist für was? Oh Ja, okay, warte Warte, wir haben ja glücklicherweise unsere Bumme dabei Und Das ist es Okay, das geht alles nicht Gut Äh, alter Mayachi Ey, warte mal Der Zockknopf sieht gut aus Okay, ey, warte mal Okay, ey, warte mal Moment mal, hieß nicht der Typ Warte mal, ist das nicht der Typ von aus der Todesanzeige? Oh You've got to free Bosco, you maniacs Not impersonal, but we cannot do that We were scheduled to pick up two souls in Germany But we only got the one The cowman will fill our quota Best Nein Well, if you're delivering trapped souls, where are the cages? Cages? We don't got no cages We don't have to show you any stinking cages We keep the souls on that platform, see? Oh Okay We'd feel better if you'd give us Bosco's soul back Oh, don't worry, amigos I'm watching the whole soul-crushing process to make sure he doesn't escape Ja Wir müssen ihn ja so ablenken You guys are pure evil Oh, that's not nice We're not evil And after we deliver the cowman's soul We'll have paid for the spaceship And then you can quit Oh no, senor There's still so much for us to do with our time machine So many deep questions left to answer Like, what about the far, far future? How will I die? I can think of a few ways And what is it like at the beginning of time Before history was written Which came first? The chicken or the egg? Chicken Ähm, egg Chicken See, I must keep on until I find out for sure Okay, äh, okay Kannst du das nicht Ich meine, es ist irgendwie richtig Aber kannst du das nicht machen Ohne Bosco's Seele zu nehmen You don't seem like a bad guy, Pedro Quit this evil job I told you, senor I can't quit At least until I found all the answers Like, how do I die? And which came first The chicken or the egg Wir brauchen die, äh, wir, ja, okay Wir brauchen die Todesanzeige, ne? You three mariachis look so much alike It's uncanny Didn't you hear the song? The others are younger versions of me Oh, we weren't paying much attention to the song We were too busy staring at your dingle balls Gracias, senor They really tie the room together, no? Allerdings So, was machst du hier? What are you doing here? Oh, I keep the eye on the soul-crossing process Como estas, vaca hombre? Help! Muy bueno I also do the light maintenance and the IT Okay, alles klar Achso, noch einer This can't be a satisfying job for you Don't you want to quit? And go away forever? Oh, I got lots to complain about, believe you me Who gets to be the captain? Pedro Who gets to listen for the birthdays? Pedro But who's stuck watching the clock and fixing the timecard printer? Pedro Okay, okay Du kümmerst dich also auch um den Drucker Hm, okay, bis später Adios Adios See you later, guys Yeah, see you later Okay, wie es aussieht, werden wir nicht nur Guck mal, da oben hängt auch noch so ein Dings da rum Okay, wie es aussieht, werden wir nicht nur ihn retten müssen Sondern wir müssen auch noch mal in der Zeit zurück Und diese Todesanzeige holen Dann hat er ja seine Antwort, ne? Vielleicht lässt er Pedro dann frei Äh, nee, den anderen Äh, Bosco Vielleicht lässt er Bosco dann frei Oder ihr könnt auch Wiederbelebungsmaßnahmen starten So viele Optionen Okay, Leute Aber das machen wir erst in der nächsten Folge Danke fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Okay, Leute Bye, Leute Bye, Leute Bye, Leute Vielen Dank.